Test the Max Es herrscht mal wieder Eiszeit zwischen dem Fahrwerk und der Fahrbahn und das aus driftigem Grund. Wir sind hier irgendwo Richtung Nordpol unterwegs zum Wintertraining der AMG Driving Academy. Das Ganze hier ist ein riesengroßer zugefrorener See. Das Eis ist ungefähr 70 Zentimeter dick. Darauf könnte sogar ein Flugzeug landen, ist aber nichts gegen das Gebollere. Und die Schwingung, die diese beiden Maschinen hier freisetzen, die haben nämlich über 900 PS zusammen. Das sind unsere beiden Snowmobile heute für den Querverkehr der SLK 55 AMG und der C 63 AMG. Okay, zum Sägen und Fräsen brauchst du natürlich auch das richtige Schuhwerk. So sehen die Dinger hier aus für den Continental Drift. Die haben 260 Spikes pro Reifen, jeder drei Millimeter dick. Und was auch nicht schadet bei der Veranstaltung hier ist, wenn du zusätzlich noch einen richtig großen Nagel im Kopf hast. Betreutes Fahran, Teil 1, auf geht's! Hier auf diesen kleinen Rundkurs, den nennen sie Yas Marinas. Hat nicht viel damit zu tun, außer dass er ziemlich winklig ist und super glatt. Ich bleibe hier gleich mal im dritten Gang. Der hat ja einen kurzen Radstand hier, der SLK. Das heißt, man kann ihn gut rumschmeißen. Auf der anderen Seite wird er auch manchmal ein bisschen nervös, aber lässt sich super handeln. Trotz dieser 421 PS da auf der Hinterachse. Und unseren beiden Instruktoren, wir haben ja da zwei Hochkaräter. Zum einen Norman, den schnelleren Bruder von Patrick Simon, der ist Formel 3000 und alles gefahren. Und dazu Karl Wendlinger, die brauche ich euch gar nicht mehr vorzustellen. Aber denen entgeht nichts, ja? Jede Regung am Gaspedal, jeder falsche Lenkeinschlag, die stehen irgendwo immer an der Strecke und sehen genau, was du machst. Und der entscheidende Tipp, den ich bisher bekommen habe, war mehr Gas geben in der Kuppel. Manchmal denkst du ja, du bist zu schnell, gehst vom Gas, schießt Richtung Kurvenmitte. Aber genau das ist das Falsche, dann vom Gas zu gehen. Dann musst du mehr Gas geben, klar. Dann stellt die Kiste sich wieder quer und rodelt da schön rum. ESP kann man hier bei den AMG-Modellen komplett ausstellen. Also ist, glaube ich, nicht ganz so im Sinne von Zetsche und überhaupt der Mercedes-Philosophie, dass man ohne ESP fährt, würden wir auf der Straße auch nie ganz machen. Aber hier geht es ja gar nicht anders. Die einzigen Fahrhilfen, die wir also hier haben, sind die Schneewände am Rand. Und wie beim Eishockey, hier dieses Fahren über die Bande, das nutze ich schon ganz gerne aus. Aber der lässt sich so schön beherrschen hier. Du stellst ihn einfach an und zack, kurzer Tritt aufs Gas. Er kommt quer, pflügst du hier rum. Es ist ein Overkill an Glückshormonen, die sich hier freisetzen. Also wenn ich mir vorstelle, jeden Morgen erstmal so eine Stunde hier über diesen Kurs zu driften, dann wäre das Leben ein anderes, dann wäre die Welt eine andere, eine bessere. Auf geht's, betreutes Fahren, Teil 2. Wir haben jetzt den Kurs gewechselt. Wir sind nicht mehr auf Yas Marinas unterwegs, sondern sind jetzt hier auf Porto Mau. Also jeder Kurs ist nach einer großen Rennstrecke genannt. Worum der hier Porto Mau heißt, keine Ahnung. Vielleicht weil hier so schön die Sonne scheint. Und wir haben natürlich auch die Pferde gewechselt. Wir fahren jetzt nicht mehr SLK 55 AMG, sondern den C 63 AMG. Und meine Herren, das ist mal schon eine ganz spitze Angelegenheit hier. Also der ist richtig spitz am Gas. Da brauchst du wirklich nur eine leichte, leichte Berührung. Und schon kommt der hinten. Das ist ja schon fast ein halber Rennwagen. Also definitiv ein echter Ice Racer. Gerade durch den etwas längeren Raststand als der SLK ist er den Tick gutmütiger. Aber ansonsten ist er extrem sensibel wie eine Sternreporterin. Morgens um halb eins an der Hotelbar. Also nicht brutal Gas geben, nicht brutal lenken, alles ganz sanft machen. Dann bleibt er auch schön in der Spur, so wie du es haben willst. Der hat ja hier 487 PS auf Spiegel, Blank, Cam, Eis. Dazu 600 Newtonmeter. Also da geht schon richtig was seitwärts. Jetzt ist das Heck hinten so rumgekommen. Warum? Weil ich bin ein bisschen in den Schnee am Fahrband rangekommen. Dann greifen da die Spikes nicht mehr. Das ist also wie auf der Rennstrecke. Es gibt eine Ideallinie und wenn du davon runterkommst, wird es schnell rutschig. Letztendlich ist es auch völlig wurscht, mit welcher Kiste du fährst. Aber 400 PS sollte sie schon haben. Heckantrieb sowieso. Das haben die AMG-Modelle ja alle. Also Wintersport ist ja nicht jedermanns Sache. Aber diese Form von Wintersport kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Bob-Skeleton oder Skifahrer halb so viel Spaß hat wie wir hier. Wir können den ganzen Tag Schweden-Rallye spielen und schön quer übers Eis kratzen. Schön, hier gibt es keine Eisbar und keine Skihasen, aber die würden dich nicht mal ablenken. Du willst einfach nur den ganzen Tag vor den AMG-Jungs aufs Glatteis geführt werden und dann so richtig schön abdriften. Test the Max Test the Max Test things Vielen Dank.